So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke eine neue Ausbeute-Info-Fazit-Folge Pokémon Go zum Community Day mit Knofenza. Der war nämlich heute am 20.04.2024, am Samstag, 14 bis 17 Uhr. Ich war wieder 14 bis 15 Uhr live im Englischen Garten, im Marktbereich Meiningen. Wir sind da wieder spazieren gegangen mit Jonas und haben wieder unser Battle gemacht. Ich gegen Pupsi, wer kriegt das erste Shiny, wer kriegt das letzte Shiny vor 15 Uhr, wer kriegt die meisten Shinies. Eine Stunde spazieren, okay, zack. Am Anfang ganz kurz am Bahnhof an dem Getränkeautomat schnell eine Oster-Cola-Mix mitgenommen, dass man noch was zu trinken hat unterwegs und ich fand den CD ganz cool so. Es hat den ganzen Tag geregnet. Und man hat gedacht, oh mein Gott, ich muss absagen, muss das von zu Hause aus machen oder so. Aber nee, kurz davor hat es dann gar nicht mehr geregnet. Die Sonne kam auch ein bisschen raus und es war trocken. Es war okay. Ja, ich habe nichts erwartet, sagen wir mal. Aber ich finde die Ausbeute richtig cool. Dankeschön erstmal an den Kaiser Kai noch. Das ist ja hier das kleine Shiny, was neben mir läuft. Kaiser Kai hatte mir das Ticket gegeben für den Sea Day und mit dem Kaiser Kai Ticket habe ich neue Kaiser Kai Maskottchen für meine Sammlung bekommen. Womit fange ich jetzt erstmal an? Wenn ich jetzt erstmal hier draufgehe und gebe ein Alter Null und Knofensa, machen wir einfach KN, Daddies Knofensa, habe ich 226. Also von 14 bis 15 Uhr in der 1 Stunde im Livestream habe ich 226 Knofensa gefangen. Diesmal war es so, ich habe nicht mit dem GoPlus Plus gearbeitet. Ich habe wirklich alle per Hand gefangen, per Hand angeklickt. Man konnte jedes Shiny im Stream sehen. Den Stream könnt ihr nachträglich auf YouTube euch angucken, wer das möchte. Das Geräte zwischendurch, den Chat hin und her, bla bla bla. Und für die, die keine Zeit haben, sich eine Stunde das anzugucken, mache ich ja dieses Video dazu. So, 226 waren das. Das heißt, es sind deutlich mehr als sonst, denn mit dem GoPlus Plus, da flieht ja auch einiges. Und dann flieht ja auch mal ein Shiny, da flieht ja mal ein Gutes, da flieht ja mal ein Hunderter. Da hast du ja keine Übersicht. Ich hatte heute nicht so viele Levelaufstiege. Ich habe das GoPlus Plus auch vergessen und habe gedacht, naja egal, ich mache das mit den Levelaufstiegen zwischendurch ganz kurz so. Dann mache ich halt mal eine Minute nix, lasse die kurz durchfliegen und dann fange ich wieder weiter per Hand. Hat so gut funktioniert. So, wie viele Shinies habe ich jetzt bekommen? Da muss ich dazu sagen, ich habe das erste Shiny bekommen. Pupsi hat die ganze Zeit nichts gehabt. Ich habe dann das erste Shiny bekommen. Kurz vor 15 Uhr war es dann so, ich habe ein Shiny bekommen, habe gesagt, Shiny, sieh du Drecksack. Und dann hat sie gesagt, ach guck, ich habe auch eins. Dann waren es noch sechs Minuten für unsere Challenge. Ich habe keins mehr bekommen. Das heißt, ich habe den Punkt für das erste Shiny bekommen. Sie hat den Punkt für das letzte Shiny bekommen. Da ging es nur noch darum, wer mehr Shinies bekommen hat. Sie hat gesagt, sie hat fünf Stück, glaube ich, bekommen. Ich habe heute sieben Stück bekommen. In der einen Stunde sieben Stück. Fand ich gut. Hat mir gereicht, hat mir gepasst. Ich habe für die eine Aufgabe auch schon eins entwickelt. Da muss ich sagen, ich finde die Farbe von Satzenia als Shiny richtig schön, richtig genial. Dieses Limettenartige, deswegen, den werde ich auf jeden Fall behalten. Habe ich Kaiser Kai genannt, weil es durch sein Ticket kam. Ich habe aber jetzt ja hier noch eins, was noch größer ist vom Level. Guckt euch das Level an. Der Bogen ist 80% gefüllt. Hier ist der Bogen 70% gefüllt. Wenn in der Mitte 50 ist, dann ist das auf jeden Fall alles Quatsch. Wir bewerten jetzt aber auch mal die Shinies, die wir heute bekommen haben. So, sieben Stück. Wie viele Shinies habt ihr bekommen? Schreibt es rein. Sieben. Bei mir. Eine eine Stunde Spielzeit. Gemütlich. Zack. Null Sterne. Okay. Das. Null Sterne. Okay. Null Sterne. Okay. Null Sterne. Null Sterne. Null Sterne. Zwei Sterne. Das ist das mit dem besten Level. Das hat auch die besten EV. Ich glaube, ich werde mir das auch noch durchentwickeln. Ich werde mir das durchentwickeln. Das andere werde ich wahrscheinlich wegschmeißen. Ich werde das dann auch Kaiser Kai nähen. Und ich werde mir das fetteste, höchste, größte, beste von denen aufheben. Das sieht auch schön aus. Statt gelb sieht das auch so limettenartig aus. Mit einem großen Gummimund. Sieht aus wie Jonas, wenn er an die Brust will. Das ist schön. Wie lange habt ihr gespielt? Spielt ihr gerade noch? Macht ihr drei Stunden? Zieht ihr da voll durch? Wir verbinden das, wie gesagt, immer mit unserem Spaziergang. Dass wir eine Stunde spazieren gehen. Meistens im Park oder so. Dann sieht er dann auch mal Richtung Stadt. Und das passt gut. Jonas hat wieder geschlafen die ganze Zeit. Wir haben das so getimed. 19, 11. Das passt. Hat jetzt hier Attacke Zauberblatt und Grasmixer. Okay. Name muss ich dann noch ändern. Shiny sind jetzt erstmal wurscht. Ich will jetzt ganz kurz hier mal reinschauen. In XXS. Es gab kein kleines. XXL gab es aber zwei Stück. Wir haben das hier. Das 206er. Das ist das größte Knuffenser, was ich habe. Dieses Shiny gab es kurz davor. Das war auch ein... Es ist riesig. Wurde angezeigt im Stream. Riesig. Und Shiny. Fand ich gut. Das sind also die zwei größten Exemplare, die ich hier habe. Und ja, das können wir noch zeigen. Ich habe jetzt hier auch in Showcases gesetzt. Einmal musste ich Sazenia in Showcase setzen. Zweimal durfte ich Knuffenser setzen. Und wenn ich jetzt hier draufgehe, kann ich euch zeigen. Also mein größtes hat... Nee, 1098 ist der zweite Platz. 1117 wäre der erste Platz, den ich habe als Showcase. Vielleicht gibt es welche hier mit 3000 oder so. Glaube ich zwar nicht, aber egal. Was das Highlight für mich aber noch war, ist, wenn ich vier Sterne eingehe. So, pass auf. Zack, vier Sterne. Frisch gefangen heute. Kaiserkai. Wieder ein Maskottchen und warum? Das ist ein hundertprozentiges. Das möchte ich nicht entwickeln. Das möchte ich so lassen. Das würde ich so lassen als kleines Knuffenser. Das würde ich vielleicht mal auf Level 50 ziehen, wenn ich die Bonbons dafür hätte. Wie auch immer. Und das Satzenia, das Shiny, das ist ja Satzenia Shiny. Und das sind meine zwei Highlights heute. Also eigentlich habe ich ja nur ein Highlight, weil das ist das hunderter aus dem Ticket von ihm. Und das fand ich gut. Und das war wirklich aus dieser Spezialforschung. Ich habe ein paar abgeholt. Ich war bei 411 oder so. Habe gesagt, oh, das hat zwei Sterne. Das ist richtig schlecht. Vielleicht ist der hunderter Wert irgendwas mit 450. Dann habe ich eins bekommen mit 440 auf Level 15 aus der Quest. Habe gesagt, 440 ist ein 98er. Sobald eins kommt mit über 440 WP aus einer Feldforschung oder aus dem Ticket, aus irgendwas, dann muss es das hunderter sein. Und dann habe ich aus dem Ticket die eine Seite abgeholt und da steht 443. Und das musste das hunderter sein. Und dann bewertest du es und dann ist es auch das hunderter, steht auch hier, gefangen aus der Spezialforschung Community Day mit Knofenzer. Danke. Kaiser Kai, da fällt mir ein in der Spezialforschung. Ich habe die letzte Seite ja noch gar nicht ganz abgeholt. Ich kann jetzt hier noch ein Knofenzer abholen mit 424. So, ihr wisst, 443 ist der hunderter Wert. Dann habe ich hier noch die Endabholung. Nochmal drei Sonderbonbons. Hier gibt es nochmal 5500 EP. Hier gibt es nochmal Bonbons. Okay. Also ja, wenn man jetzt hier, eigentlich hätte ich eine Silberne nehmen können. Dann kriegt man auch schon mal einen Satz-10-Jahr von Latz gesetzt. Einfach fabelhaft. Ist der drin? Er ist drin. Den bewert man noch. Das ist ein 863. 93er müsste das sein mit 1032. Das reicht mir auch. Und jetzt habe ich noch was Besonderes vor. Und zwar habe ich hier dann noch zwei Quests mit Fangen 3 Knofenzer. Ich habe die Stopps hier aber noch nicht gedreht. Kriege ich hier jetzt noch eine Aufgabe? Nein. Hier ist Staub drin. Ich lösche die mal. Ich drehe das. Ist hier noch jetzt Knofenzer drin? Perfekt. Jetzt habe ich nochmal die Aufgabe 3 Knofenzer. Und ihr wisst, am Ende tippe ich ja jedes Knofenzer an, was zu Hause hier sitzt. In der Hoffnung, dass wir live im Ausbeute-Video noch ein Shiny mitnehmen können. Das heißt, ich kann die drei Aufgaben jetzt noch fertig machen. Vielleicht kriege ich da noch ein gutes raus. Vielleicht kriege ich hier aber noch ein Shiny raus. Wir töten die jetzt einfach hier ein. Im Stream konnte ich eigentlich recht häufig einfach fabelhaft werfen. Das ging richtig gut. Im Stream habe ich natürlich wieder mit dem Samsung gespielt. Jetzt für das Ausbeute-Video zu Hause am PC zum Übertragen habe ich wieder das iPhone. Es ist wieder breiter. Es ist wieder dicker. Es ist wieder... Es liegt komplett anders in der Hand. Und da ist es. Da ist mein Thumbnail Shiny. Danke dafür. Das klappt auch recht häufig, dass man zu Hause sitzt und bei dem Beutel, bei der Traube, bei der Ansammlung von CD-Pokémon einfach ein Shiny fürs Thumbnail noch mitnehmen. Das heißt, ich habe dann sieben, acht. Acht Stück müsste ich haben jetzt. Acht Shinies. Da können wir aber gleich trotzdem nochmal bewähren. Vielleicht finden wir noch ein hundertprozentiges aus den drei Feldforschungen. Vielleicht ist bei den Wilden noch eins dabei gewesen. Lasst uns einfach nochmal kurz hier durch. So. Das ist jetzt zum Üben. Weil die drei Feldforschungen, die möchte ich bitte mit einfach fabelhaft werfen. Das heißt, bis dahin muss ich jetzt erstmal hier üben mit dem iPhone. Das ist auch drin. Also das müsste eigentlich drin sein. Vielleicht ist es auch drin, aber es wird mir jetzt wieder nicht angezeigt. Ich glaube, das ist bei Dingern, die im Rauch sind, die sind dann drin. Hier, 42 ist gefangen. Es ist drin, aber es wird mir nicht als drin angezeigt. Es flieht dann irgendwann. 421. So, nicht aus der Ruhe bringen lassen. Einfach fabelhaft. Nochmal. Nächstes. 417. Nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ah, drunter. Hm, was war da denn los? Und das letzte. 420. Und einfach fabelhaft. Okay. Das sind nochmal die drei von hier. Die haben wir beide da. Ich gucke jetzt nochmal nach vier Sternchen. So. Und so. Es ist keins dazugekommen. Aber dieses ist mein Highlight von heute. Dieses super geniale. Knuff Hensa. Kaiser Kai. Wie auch immer. Pups. Dankeschön an Kaiser Kai für den C-Day. Danke an Pupsi für den C-Day, dass ihr das immer mitmacht mit mir. Ich wünsche euch natürlich noch viel Spaß. Schreibt mal eure Ausbeute unten rein. Das Video werde ich für 17 Uhr dann wieder hochladen, dass wenn der C-Day um ist, direkt dann das Video kommt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Ciao. Warte mal. Die Cola steht hier vor dem Ausknopf. Jetzt aber. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Euer Ramses.